Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu B2B Nord. Es ist Deutschlands größte regionale Wirtschaftsmesse für Entscheider, Geschäftsführer und Unternehmer aus der Metropolregion Hamburg. An erster Stelle steht hier natürlich der Austausch und das Kennenlernen der Branchenmitglieder, aber es gibt auch einige Vorträge, unter anderem vom Extreme-Coach Joey Alexander und auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kubicki aus Schleswig-Holstein ist vor Ort, der seinen Wirtschaftsdialog eingeladen hat. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das Ganze an. Wir haben 30 Aussteller erwartet, 60 erhofft, 90 erträumt und wir haben 214 Aussteller und mussten fast 40 Unternehmen absagen. Also mehr als zufrieden kann man nicht sagen. Wir sind zufrieden und es kommt noch mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017